heute mal wieder kleine radtour wieder mal leichte steigungen schönes wetter schöne gegend mit vielen natur verbunden hammer hammer ja das ist der stausee hier das ist irgend so ein stausee wo weiß ich jetzt nicht genau das weiß ich schon aber top secret herrlich wirklich schön gebt euch die aussicht hammer oder kann man sich nicht beschweren und 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 So liebe Leute, wir sind hier in der Saarlach, zeig mir die Saarlach, komm mal mit, schau sie dir mal an. Das ist die Saarlach und da oben ist ein schöner Berg. Schön, oder? Und jetzt drehen wir uns mal kurz um. Wow, das ist ja unglaublich. Ich bin unglaublich. Jetzt komm noch mal ein bisschen näher, trau dich, trau dich. Schau mal, wie schön das ist. Oh mein Gott. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Fahrräder an. Mit diesen Fahrrädern. Mit diesem Rennrad und mit diesem Freckenfahrrad. Jetzt sind wir 100.000 Kilometer gerade gefahren. Und wie man sehen kann, ich bin noch topfit. Ich fühle mich echt supergut. Und wir fahren jetzt weiter 100.000 Kilometer. Stoffen wir mal weiter. Also jetzt geht's weiter. Ich werde jetzt meine Klickpedalen mit meinen Schuhen verbinden. Hat man das Klicken gehört? Oh Gott, das geht weg. Wir werden fahren. Und jetzt geht's weiter. 100.000 Kilometer. Gehen Süden. Jetzt fährst du mit Absicht in die Kamera. Ja. Herrlich, herrlich, herrlich. Was will man mehr? So ein richtig schöner Herztag. Mit dem Fahrrad. Die Kühe stehen auf der Weide. Frisches, noch saftiges Gras. Herrliche Luft. Landluft. Berge. Schöne Bäume. Unbeschreiblich. Unbeschreiblich schön. Kann ich nur jedem empfehlen. Kaputte Fahrräder. Hat irgendjemand verloren. Wuhu. Hive. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns vor dem nächsten Mal. Uhhuh. Gut.